Mein Job ist es, Zement, Asche oder Kalk in Silofahrzeugen vom Lieferwerk zum Kunden zu bringen. TomTom hilft mir, meine Routen optimal zu planen, spritsparend unterwegs zu sein, Geschwindigkeitsbegrenzung frühzeitig zu erkennen, dadurch besser ausrollen zu können. Und motiviert dazu hat mich, dass ich meinen Job liebe, mein Fahrzeug liebe und jetzt so in den zwei Jahren, in denen ich erst fahre, schon oft gesagt bekomme, gute Entwicklungen gemacht zu haben. Und dachte, versuchen wir es einfach mal teilzunehmen. Zu sehen, wie man sich von Monat zu Monat steigern konnte. Und diesen Fortschritt zu sehen, dass man sich tatsächlich noch immer steigern kann, obwohl man schon gesagt bekommt, man sei eigentlich ganz gut. Das großartigste Erlebnis war, als mir gesagt wurde, dass ich für unseren Fahrercoach seinen neuen LKW abholen darf und den LKW, der mir jetzt fest zugeteilt wurde, übernehmen darf, der inzwischen noch einen Namen hat, der heißt Lotti oder sie heißt Lotti, besser gesagt. Das war der beste Moment in meiner Laufbahn in der Firma.